Musik Präsentiert von UNCS, United Closing Style Und der Athlete, der wir jetzt auf die Bühne holen, der sagt, diese Sachen, die trage ich seit 5 Jahren Und ich fühle mich, als hätte ich eine zweite Haut an, so passt genau, sind sie Er fühlt sich einfach wohl mit der Sport- und Streetwear-Collection von United Closing Style Und diese Klamotten, die gibt es übrigens in Größe S bis 5x Quatsch, 7x XL Also ein Riesenzelte für jeden auf jeden Fall was dabei Ja, dann holen wir zu uns, er hat allerdings heute, glaube ich, nichts von United Closing Style an Nein, er hat sich was ganz Besonderes einfallen lassen Hier ist er, der erste Platz 2007 der Tschechischen Meisterschaft Also der Tschechische Meister, dritter Platz bei den Arnold Classics Amateuren in Madrid 2000 Onthrift, 128 Kilo bringt er auf die Waage bei 1,87 Meter Hier ist Peter Bresna Also der Tschechische Meister, dritter Platz bei den Arnold Classics Amateuren in Madrid 2000 You'll see in our of C-Lins, yes You'll see in our of C-Lins, yes You'll see in the of C-Lins. C-Lins is a new man of sportswearer Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 auch United ClosingStyle im Internet auf dem WDN-Buch UMCS.